Reiner hat ein tolles Restaurant. Mittags ist es immer brechend voll. Reiner bereitet täglich 200 Essen vor. So viel wird in der Regel in seinem Restaurant verkauft. Gegen 16 Uhr, wenn die Mittagszeit vorbei ist und es ruhiger wird im Reiners Restaurant, nimmt er sein Smartphone und verfasst ein Schnäppchen-Angebot. Mozzarella, Rührei, statt 5 Euro, 3 Euro, aber nur zwischen 17 und 18 Uhr. Noch schnell ein Foto gemacht und ab geht die Post. Manuel hat den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges gegessen und sucht nach einem günstigen Speiseangebot in der Nähe. Seine HelpKit App zeigt ihm eine ganze Reihe aktueller Angebote. Mozzarella, Rührei, statt 5 Euro, 3 Euro, zwischen 17 und 18 Uhr. Passt! Reiner freut sich über einen neuen Gast und Manuel auf ein gutes und günstiges Essen.